Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Don't Starve Together mit Fabio und weiter geht's, Tag 30, immer noch Winter, bald Winter vorbei, in 6 Tagen, los geht's, Kakapuku, hallo Fabio. Los geht's, Kakapuku. Ja, ja. Kannst du mir schon Beitritt machen? Loading Screen kann ich dich ja noch nicht eindrücken. Sieht nichts aus, als wäre etwas passiert. Ne, passiert irgendwie nichts. Ich gehe jetzt wirklich erst, wenn ich in-game will. So, lieber Fabio, was sind wir denn gerade am machen? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir entdeckt, dass ich irgendwie Honeyham gemacht habe, ohne richtiges Fleisch. Weißt? Hallo. Alter, es ist seit gestern her und ich habe keinen Plan, was wir als letztes gemacht haben. Wir waren bei dem Mac-Tusk. Ja. Und das ist schon viel länger her. Oder? Weiß nicht. Die Pinguiner haben mich bekämpft. Wir haben uns sowieso recht viel. Hm. Wollen wir mal dann als nächstes machen? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir brauchen halt Lager. Also, da kommt nichts vor, Fabio. Ja, ich habe die gerade bekommen. Irgendwie war das doch meine E-Mail. Oh nein. Kannst du die Tür zumachen? Okay, da nicht. Scheiße drauf, ich lasse die noch da drin, ne? Ja. Boah, mein Wald. Alter, mein Wald, der geht so ab. Oh Gott, Pinguine. Verpieß dich aus meinem Wald. Das ist nur dein Wald. Der Wald wird halt hier der Neue, weil der, den ich als erstes gemacht habe, halt so nah an der Basis. Aber trotzdem immer noch ein paar lasse ich da noch, ein paar Bäume, damit wir halt auch mal bei der Nacht schauen können. Also, das Rezept mit Honeyhem, das ich da mache, zwei Morsel, ein Honey und ein Monster Meat. Ein Honey habe ich noch. Hm. Also, natürlich hätte ich Ideen, wir müssten unser Lager mal fertig machen. Die Farben. Aber das mit dem Lager und so, würde ich erst im Sommer fertig machen. Weil wir dazu auch noch zu den Beef losgehen müssen und so. Alle Zweige haben wir hier schon wieder echt gut und so. Vielleicht sollten wir Caulefanten suchen. Wir brauchen ein Ziel, Fabio. Also, das ist eines der nächsten Sachen. Und in ein bis zwei Tagen gehen wir noch mal zu McTask. Also, bevor der Winter endet. Da stand ja zwei bis fünf Tage und... Wir können ihn noch einmal diesen Winter machen. Also, ich habe eine Idee für den nächsten Tag, Fabio, ne? Boah, der Wald wird so cool aussehen. Ja, das ist wirklich normal, dass man sich so craften kann. Ich habe tausend Holz jetzt hier. Ja, mach auch eine Holztruhe. Also, wir werden bald ein bisschen mehr brauchen. Drei Stacks haben wir da schon mal. Ja, schön. Ja, also im Sommer machen wir dann unser Lager schön mit Mauern und mit Boden und so, ja? Na, im Sommer würde ich erst mal erkunden richtig viel. Damit wir halt auch so einen Swarm finden und alles. Jupp. Rhino-Mater. Oben rechts würde ich, glaube ich, hingehen. Ich habe mir immer noch nie eine Locksuit gecraftet. Jetzt habe ich mir mal eine gecraftet. Wie viel bringt der Honeyham? 75 Essen und 20 Leben. Also, ich kann den nicht essen, meine jetzt. Oh, ne, 30 Leben sogar. Honeyham ist einfach ein sehr kaltes Essen. Da bringt sie aber Sanity dazu. Hm, das ist einfach richtig geiles Essen. Aber jedes Crop-Pot-Rezept bringt mindestens fünf Sanity wieder. Einmal Honey habe ich noch für Honeyham. Schön für Holz. So. Okay. Also. Insta Fabio. Dann erkläre ich dir mal den Plan. Wir brauchen Silk. Leider sind natürlich nur Taya 3. Dance hier. Taya. Taya. Und die sind natürlich zu stark für uns. Deswegen holen wir uns die Hasenfallen. Denn damit kann man auch Spinnen fangen. Das heißt, wir gehen immer wieder auf das Gebiet, wo die Spinnen dann kommen zu uns. Placen eine Falle. Eine geht rein. Und wiederholen das. Bis keine mehr drin ist. Mhm. Klingt ja toll. Die werden dann auch insta getötet, wenn wir die dann, die Fallen wieder aufnehmen. Wieso hast du eigentlich die Puffy West? Ich meine, du hast ja schon Bart und Puffy West. Ich hab nur einen Heats zu haben. Und du hast noch einen Heats zu haben. Du wolltest das Ding halt essen. Nee, ich konnte ja auch gar nichts craften, weil die Bifilo wohl verbraucht. Denkst du das? Ich hab doch den Winter-Colophant-Trunk gegessen. Ich wollte doch... Die braucht... Das ist die Breezy West. Und die braucht nicht mal. Ich hatte doch nur den Winter-Colophant-Trunk, Fabio. Aber den kann ich mir halt nur den... Das ist die Puffy West. Ja, aber den... Dann hast du beide gegessen, wird noch... Den anderen habe ich schon davor gegessen. Ja, ich hab' so alles gegessen, ey. Den hab' ich auch gegessen. Ja, ja, ich kann mal mit uns so klar. Wie gut, also wenn wir jetzt die Traps, ja? Mhm. Noch so nach Hasen drinnen und so. Ups. Ich gehe... Hupf. Zwei Traps. Hast du zwei Traps? Die sollten reichen. Die halten ja auch ein paar Mal aus, wenn wir zusammen vier Traps haben. Fack ich noch kurz die Hasen hier rein. Oh, da ist ein Penguin-Ei. Ja. Aber das lohnt sich noch nicht. Die sind spoiled und stale. Ja, so. Bringt das gar nichts. Sind die Penguin-Eine da weg? Nee, die sind da, aber die Eier sind trotzdem. Mhm. Verdammelt. So. Ja, dann... Go, go. Ähm... Links sind. Äh, folgen mir mal. Ich hab da... Hier über uns, da wo die Pflanze ist, sind zwei, ne? Ja, aber die sind halt alle direkt beieinander. Deswegen würde ich lieber eins... Äh, ich hab hier eins JustMitok gesehen. Ja. Links. Direkt hier ist ein einzelnes. Äh, warte, ich probier's erst mal. Lock sie hier noch hier um. Shit. Ich hab' mich beide jetzt erwischt, Alter. Nee, man sollte die eigentlich wieder zurückkommen lassen. Dann töte die jetzt halt. Ich hab' mich beide erwischt, ohne dass ich Rüstung anhatte. Das war scheiße. Du sollst dich wieder dann... ...einfach... ...wieder... ...kommen lassen. Immer wieder zurückgehen und das kannst du wieder wollen. Shit. Bitte den. Mann. Alter. Das war grad richtig kacke. Im Zulich hab' ich nur einen Hit abbekommen. Das Teil hat halt gewackelt, dass es leer war. Alter, wie machst du das? Du haust aber gar nicht. Ich weiß. Ist ja schon klar. Hau doch lieber. Der hat halt gewackelt und dann kommt da noch im letzten Moment noch so eine scheiß Wache daraus. Wie viel haben wir? Wie viel haben wir? Ich nehme mal die Trap damit. Ja, ich muss mich nur kurz... ...färmer. War ganz schön gefriest. So, hier haben wir noch zwei Fallen. Das Ganze können wir gleich wiederholen. Okay. Und so leicht ist es da oben. Okay, das ist eine feine Maske. Let's machen. Lass es hier machen. Da, wo die zwei sind. hätte jetzt aber auch gesagt wenn wir da von unten rangehen dann es ist nicht so tragisch ich will immer wieder immer mehr sanitary auch du scheiße ich habe kein schwer mehr Ja, jetzt können wir das ja eigentlich unendlich machen, weil die immer wieder Spinnen auskackt. Soll ich nur jetzt Feuer machen? Ja, mach mal lieber. Aber lieber hier unten. Bloß nicht hoffen, dass Vollmond ist. Egal, zu zweit haben wir den. Wenn der drin ist, passiert doch nichts, oder? Weiß ich nicht. Denk schon, oder? Jetzt sind einer gefangen. Achtung. Pass auf, da kommt noch einer. Pass auf. Nein, nicht essen. Nein. Ah, fuck. Andere. Ja, ich muss mich hier, ich hab schon wieder keiner. Ich sollte mal das hier anziehen, die Kecke. Hm. Tue mal nach. Feuer. 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 Ei. Windscherиксier twitter. Es sind Speiser. Oh, was sind die denn? Okay, wir müssen gleich zum Lager zurück. Ich brauch wieder Essen. Auf 19 runter wieder. Dankeschön. Das ist ja nicht mehr lange dran. Lol, wo ist sie hin? Da oben. Komm, die kann man machen. Warte, wir haben direkt über der Spinnkönigin... Weg. Ja, Schwein. Und unsere Fallen. Wird sie zu dem Schwein nicht ein Monster mitgehen? Damit es wirklich... für uns ist? Okay. Okay. Lol, wie weit es den erwischt hat. Oh. Alter. Du bist eh glücklich. Zwei Schläge und weg. Nicht, wenn ich anleife. Weg. Oh Gott. Wir müssen... Ey. Ich geh. Ich brauch... Äh, Hunger. Essen. Aber es von Silke hat sich schon gelohnt. Ach du Kacke. Oh fuck, ey. Ich brauch dann erstmal jetzt... Äh... Neun Topherd, ey. Tim, die kommt. Oh Gott. Hilf doch Chester, du Spaß, Alter. Was soll ich denn mit dem Tun? Oh fuck. Ich mach grad Heal-Zeugs. Ne, das wird das Ende sein. Das wird das Ende sein. Ich werd das nicht überstehen. Lauf einfach. Lauf einfach. Lauf einfach und wenn du Steine hast, leg sie hin, damit du sie wegst. Heal-Zeugs machen. Jetzt müssten die eigentlich zum... Äh... Triggerat oben hinpacken. Als wir jetzt für den nächsten Tag noch gerüstet durch den Honeyham. Wenn ich noch eine letzte Sekunde reingezogen hab. Hast du Steine? Drei. Gib mal. Da. Das ist ein Netty. Das ist ein Netty. Fakt, du musst das Feuer anmachen. Aber ich... Das war ganz krass. Du hast da wenigstens noch ein bisschen... Das ist ja noch... recht guten... Dings da... ohne Feuer. Ich überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ohne Feuer.